Wir sind hier in Tenikon, dem Standort der Swiss Future Farm. Die Swiss Future Farm ist ein Demonstrationsbetrieb für die neuen Technologien und hat zum Ziel, den Praktiker, den Nutzen und den Mehrwert 1 zu 1 aufzuzeigen. Hier gibt es anlässlich der Eröffnung sehr viele Neuigkeiten zu sehen und von diesen Highlights möchte ich Ihnen etliche vorstellen. Einige werden sie in die Praxis schaffen, einige vielleicht auch nicht, aber sie werden fasziniert sein von all diesen neuen Ideen. Sie kennen sicher alle das Problem, dass wir Lücken in Grasbeständen haben. Sie sehen hier unbedeckte Stellen und wenn wir jetzt Saatgut sehen, haben wir das Problem, dass das Saatgut eigentlich nur dort keimt, wo unbedeckter Boden ist. Das Ganze beginnt jetzt so, dass eine Kamera, die vorne auf dem Traktor aufgebaut ist, das Bild aufnimmt, die Stellen detektiert, wo gesät werden muss und nachher wird hinten an der richtigen Stelle der Samen abgelegt. Wir haben hier das Krummenacherseegerät. Wir haben acht Seerohre auf drei Meter und jetzt wird nur dort gesät, wo quasi die Kamera eine Stelle detektiert hat und das geschieht so, dass quasi eine Klappe öffnet und schliesst und dann den Samen an den richtigen Ort anlegt. Ich denke, dass bei Saatgutkosten von ungefähr 300 Franken, wenn die nur 20 Prozent übersehen müssen, dann sofort im Bereich von 200 Franken pro Hektar eingespart werden können. Wir stehen hier vor der Motorhaube eines besonderen Traktores. Der fährt nicht mit Diesel, sondern der fährt mit Strom. Wir haben den Eindruck, dass die Elektrik vielleicht nicht so die große Bedeutung hat, aber im Zusammenhang mit so einem elektrisch betriebenen Futtermischwagen kann das auch für die Landwirtschaft sehr interessant werden, denn er kann erneuerbare Energien nutzen, um dann diese Batterien zu laden. Und wie man diese Batterien lädt, das erklärt uns jetzt Christian Wolf von MBR Solar. Mit Photovoltaik können wir heute verbreitet unter 10 Rappen die Gestehungskosten den Strom produzieren. Sprich, auch für den Landwirt selber ist es eigentlich günstigere Energie, als wenn er sie einkauft. Mit der einzigen Einschränkung, die wir natürlich haben, dass die Energie nur oben runterkommt, wenn die Sonne schwindet. Da kommt die Batterie wieder ins Spiel, in dem Sinn, dass wir sagen, dass wir Strom zwischenlagern in einer Batterie, da sogar auf Vierrad. Das ist natürlich eine ideale Voraussetzung, um langfristig optimieren zu können. Sie kennen ja alle das Problem der Zettelwirtschaft. Ich denke, das ist das Feldbuch von morgen. Wir haben auf dem Traktor die GPS, wir wissen also, wo wir sind. Wir haben alle die Geräteparameter. Jetzt hier Beispiel, Gülleausbringung. Dann sehen wir, wie der Traktor die Gülle ausbringt. Und man muss in Zukunft das eigentlich nicht mehr in Zettelwirtschaft aufzeichnen, sondern es kann auch direkt auf den Traktor erhoben werden. Und es steht uns nachher auch für die ganzen administrativen Aufgaben, für das BLW etc. zur Verfügung. Ich denke, die Traktoren werden in Zukunft alle mit solchen Terminals ausgestattet sein, dass dies jetzt sehr schnell in die Praxis Einzug halten wird. Und ich glaube daran, dass es sicher eine grosse Erleichterung für die Landwirte bringen wird. Wir stehen jetzt hier vor dem neu entwickelten Mähdrescher Ideal. Was den Mähdrescher auszeichnet ist, dass er mit Elektronik vollgestopft ist und den Fahrer sehr stark unterstützt. Man kann sogar sagen, die Automatik übernimmt zum grössten Teil den Job des Fahrers. Es ist da sehr heikel beim Mähdrescher, die einzelnen Aggregate einzustellen, dass wir nicht so viel Bruchkorn oder Spreu im Weizen drin haben. Der Simulator gibt die Möglichkeit, das hier natürlich sauber zu demonstrieren. In Wirklichkeit ist es so, dass die Fahrer häufig überfordert sind, Volles zu nutzen. Da kann man über telemetrische Systeme in die Kabine reinschauen, kann also ein erfahrener Bediener, kann unterstützt werden von einem Büro, das irgendwo auf der Erde sein kann, kann die Maschinenparameter kontrollieren und so den Einsatz der Maschine optimieren. Die Landtechnik hat den Ruf, immer nur grösser zu werden. Das sind Einzelkornsehmaschinen. Jeder dieser Roboter sieht eine einzelne Reihe. Das Interessante dieser Systeme ist sicher, dass sie ein sehr kleines Gewicht haben, demzufolge keinen Bodendruck verursachen. Und so ein Roboter, der arbeitet natürlich Tag und Nacht, macht keinen Lärm, ist elektrisch betrieben, also hat sicher gewisse Vorteile. Es ist aber noch offen, ob er es jetzt schafft, quasi bei diesen zeitkritischen Arbeiten den Grosstraktor mit Sehmaschine zu überbieten. Wir denken hier, auf den zweizerkleinstrukturierten Betrieb ist es durchaus etwas, was zum Einsatz kommen könnte in einem Zeitrahmen von fünf Jahren. Das ist eine besondere Ohrmarken, die diese Kuh im Ohr hat. Der hat einen Beschleunigungssensor drin und über das Ohrwacken der Kuh wird gemessen, ob sie am Wiederkauen, am Fressen oder eben in Ruhe ist. Wenn es auffällige Daten gibt, wenn die Kuh jetzt längere Zeit nicht frisst, dann ist sie vielleicht krank, dann kriegt der Landwirt eine Warnung. Jede Kuh ist ein grüner Punkt. Gelbe Punkte zeigen, dass es hier Auffälligkeiten bei den Tieren gibt. In diesem Fall hat das Tier einen akuten Wiederkauabfall. Kuh Eva hatte hier eine Azidose. Das System hat dem Landwirten eine Meldung gegeben und dieser konnte dann entsprechend handeln. Das ist eine Wetterstation, die misst die Niederschläge, die Strahlung, Temperatur, Luftfeuchte, Windgeschwindigkeit. Das Besondere an dieser Wetterstation ist, die sendet die Daten nicht nur ins Internet, sondern vom Internet kommen dann auch wieder Befehle zurück. Wir können damit Bewässerung steuern. Und der Vorteil an der Internetanbindung ist, dass man Wetterprognosen verknüpfen kann. Wenn es morgen regnet, dann muss ich heute weniger bewässern. Wenn es morgen sehr heiss ist, kann ich heute etwas mehr Wasser geben. Also so können wir ganz flexibel Bewässerungssteuer vornehmen. Sie sehen, nicht ganz alle dieser Highlights werden es vielleicht in die Praxis schaffen, aber trotzdem, das Potenzial der Digitalisierung ist doch beträchtlich. Und es ist jetzt das Ziel, Schritt für Schritt sinnvolle Innovationen umzusetzen, so dass alle, der Lande, die Umwelt einen grossen Nutzen daraus ziehen können.